Was bisher geschah. Die Liga beginnt. Mein erster Gegner wird Nightmare Games sein. Duell. Ich lasse dich anfangen. Ein großer Fehler. Leute, ihr müsst ihn aufhalten. Der Yugi-Tuber Nightmare Games wurde ermordet in seiner Wohnung aufgefunden. Der Sache muss sich auf den Grund gehen. Erster Anhaltspunkt. Schattenspieler. So, mein nächster Gegner ist dran. Keine Ahnung wer das ist. Was soll das jetzt? Hallo Schattenspieler. Ich habe ewig gebraucht um dein System zu kommen. Wer bist du? Aber letztendlich habe ich es doch geschafft. Karin89? Gut erkannt. Verdammt, du bist in mein System. Was willst du? Ich will dich nicht treffen. Ich habe auf deinem PC einige hochinteressante Daten gefunden. Was? Lass deine Finger vor meinen Daten. Zu spät. Ich weiß jetzt alles. Du kommst in meinen Konflikt rein. Und jetzt werde ich die anderen rechnen. Meinst du echt? Nur weil du alles weißt, kann ich nicht auffallen oder gar töten? Du bist in mein System. Das ist dein Fehler. Fehler oder nicht? Wir spielen jetzt nach meinen Regeln. Wir spielen im Tier 2 Format. Traust du dich? Ich mach dich fertig. Du hast keine Chance. Duell! Natürlich fange ich an. Meine mächtigen, blauigen Monster werden dich beziehen. Ich rufe meinen mächtigen, blauigen Geisterdrache. Dazu kommt mein Alter und dieser weißer Drachling. Ich spiele noch eine Karte. Du bist dran. Gutes Tempo. Ich beschwöre Photon-Trasher und aktiviere Union-Hangar. Da ich weiß, was du machen willst, verhindere ich das mit Zwillingstwester an. Egal. Ich rufe B, Baster Drachling. Und rufe meinen Bujin Monster. Auch das ist nutzlos. Ich rufe schwarze, rohigen Geisterdrache. Und schicke den Monster dahin, wo es herkommt. Dann rufe ich meinen zweiten Trasher, um deinen Mondrahmen zu zerstören. Zwei Karten verdeckt und du bist dran. Das reicht niemals. Ich rufe meinen blauigen weißen Drachen. Und rufe dann den mächtigen Galaxie-Augendunk-Quarterian Drachen. Ich weiß das zu verhindern. Ich aktiviere meine Falle und rufe mein Artefakt, um dein Monster aufzuhalten. Schon vergessen? Ich habe meine Rückkehr im Creedhof. Los, attacke! Der Endfest rufe ich noch meinen Drachengeist, um deine verdeckte Karte zu verbanden. Ich setze eine Karte, du bist. Mehr nicht. Angriff meine Monster. Verdammt, ich komme nicht ins Spiel. Richtiger Kampf. Ich setze eine Karte und du bist dran. Ich rufe noch meinen mächtigen blauigen Geisterdrache. Und jetzt Angle. Zerstöre sein Monster und direkter Angle. Ich sag doch, du kannst nicht gewinnen. Denkst du echt, das war alles? Ich zeig dir jetzt, was es heißt zu verlieren. Ich beschwöre zuerst Thrasher und dann aktiviere ich Hangar. Und suche mir meinen C auf die Hand. Durch Hangar rüste ich jetzt B an ihn aus und rufe meinen Bujin. Ich setze eine Karte und Effekt. Ich ziehe zwei neue Karten. Jetzt beschwöre ich meinen mächtigen ABC Dragon Buster. Und zum Schluss setze ich eine Karte. Mach dagegen mal was. Glaub mir, darauf war ich vorbereitet. Auch darauf? Ich tagge meinen Drachen aus. Hier kommt mein Zwilling Zwister und deinen Hangar, um deine verdeckten Karten zu zerstören. Mir egal. Ist es dir auch egal, wenn ich erst weiße mit dem blauen Auge und dann meinen alternativen weißen Drachen beschwöre? Ja, in der Tat. Du hast das Duell nicht mehr in der Hand. Ich rufe durch meine Fallenkarte meine Artefakt Sense. Dadurch kannst du nicht mehr aus deinem Extra Deck speziell beschwören. Ich rufe meinen in den Friedhof gelegten Drachengeist wieder. Jetzt zerstöre ich durch meinen alternativen weißen Drachen beim Monster. Und anschließend greift mein Drachengeist einen Angriffskärer an. In der Endphase rufe ich durch einen weißen Drachen in Angst. Na dann wollen wir dich mal auseinander nehmen. Ich rufe meinen B Buster Drachling und rufe Castell. Effekt mische seine Alternativen ins Deck. Jetzt entferne ich A, B und C und rufe wieder ein LBC Dragon. Durch ihm banische ich deinen weißen Drachen. Angriff auf Sage. Dann bist du dran. Nutze den Effekt meines Drachen und will dein Monster banischen. Das dachtest du. Ich nutze seinen Effekt. Dann tagge ich jetzt meinen Drachen halt auf. Nicht schlecht. Ich rufe einen weiteren weißen Drachen und rufe meinen Galaxie auf den Kopf, Monster Drachen. Und zerstöre deinen Monster banischen. Anschließend beschwöre ich noch Galaxie auf den dunklen Materie Drachen. Und dann noch einen alternativen weißen Drachen. Sind das etwa Verzweiflungszüge? Lass mich dir mal zeigen wie man richtig spielt. Mein Kaiju kümmert sich um deinen Dark-Matter-Dragon. Jetzt rufe ich wieder ein. LBC Buster-Dragon. Attacke! In deinen Zug tagge ich wieder aus. Gib zu, du hast verloren. Ich sitze ein Monster und du bist dran. Das war's. Mein Wolf zerstört dein Monster und ich rufe erneut meinen LBC Dragon Buster. Attacke! Du wartest die Oberhand. Dieses Mal. Auf zu Duell 3. Ich werde nicht gegen dich verlieren. Beschwöre einen alternativen weißen Drachen und setze noch eine Karte. In der Endphase rufe ich noch meinen Drachen-Gast. Mehr nicht? Ich dachte du willst gewinnen. Ich rufe Trasher und aktiviere meinen Hangar. Das verhindere ich. Na und? Ich ziehe zwei Karten und beschwöre über meinen Goldapparat ein weiteres Monster. Jetzt rufe ich Utopia der Blitz. Attacke! Zerstöre seinen Drachen. Dann setze ich drei Karten. Du bist dran. Ich aktiviere den Effekt meines... Das lasse ich nicht zu. Dann rufe ich ihn wieder und Effekt. Außerdem setze ich eine Karte. Effekt meines Drachen. Auch das lasse ich wieder nicht zu. Verdammt! Ich setze ein Monster. Schon wieder am Ende? Ich beschwöre mal Monster und rufe meine Bujin. Der Monster kann gleich in den Friedhof gehen. Tja! Utopia bleibt! Attacke! Ich setze ein Monster. Ja! Block weiter! Ich rufe B! Attacke! Ich setze eine Karte. Deine Verzweiflungstat, was? Los meine Monster! Attacke! So und jetzt habe ich dich gefunden. Du wirst mich nicht mehr stören. Ich habe deine Verbindung gefunden. Wie konntest du mich finden? Nein! Geh aus meinem System! Gut, dass du ein Headset auf hast. Das war's! Notfallprotokoll eingeleitet. Daten verschickt. Sie sind jetzt gewarnt. Ich muss meine Spuren verwischen. Ich lasse mir nicht durch einen Angriff alles nehmen. Mein Gut hatte ich die wichtigsten Daten nicht auf meinem Rechner. Mal sehen, wer mich als nächstes aufhalten will. Und du wirst mich gar nicht kommen sehen. Ah! Hahaha! Hahaha! Hahaha!